Ja Leute, hier sind die wir und wir starten gleich mit der Mission 1. Ich hab's letztens nicht gut gehört. Ich hab ein Mikrofon, muss ein Einstellungen geändert, ich hoffe das besser ist und nicht schlechter. Ich hab auch schon einen Test gemacht, mir war das eigentlich alles gut. Und jetzt laden wir hier und laden, laden, laden. Und zwar wird es wie immer, wie immer, wie immer. Ja, ich hab Tennis. Und da muss ich hin. Für das letzte Mal. Irgendwie kann ich immer noch nie wirklich lange aufnehmen. Deswegen ist das immer nur kurz. Ah, da sind sie ja. Willkommen in Core, dem Forschungszentrum von SAAT. Hier haben wir alles zur Verfügung, was für die Degradierung der Informationen aus den Datenlog erforderlich sein könnte. Schön, dass sie da sind. Ich habe bereits von ihrem bemerkenswerten Fund gehört. Es ist wirklich eine Sensation, sogar hier bei SAAT. Ich bin übrigens Dr. Tori Bartok, die Assistentin des Professors. Fader möchte sofort mit ihnen sprechen. Ich bringe sie am besten sofort zu ihm. Ich bin Fader. Ich habe die optimale Verteilung der menschlichen Ressourcen bereits ermittelt. Prof. Dewey leitet das Dechiffrierungsteam im Unterwasserlabor. Dr. Bartok koordiniert sämtliche Maßnahmen. Und auch für sie gibt es eine Aufgabe. Der war halt richtig gut. Die universelle Struktur ihrer physischen und psychischen Parameter macht sie zum idealen Kooperationspartner für Prof. Dewey und Dr. Bartok. Assistieren Sie, wo immer es nötig ist. Wir haben jetzt viel und gerade gut. Damit Sie an der Aufbereitung der Daten helfen können, sollten Sie sich ein eigenes Labor einrichten. Kommen Sie zu. Hier oben. Wo muss ich Spaß bauen? Okay, ich glaube, ich muss das nicht machen. Und dann da um die Warnung suchen. Wie ist das? Ein Ladenmack? Das muss die Warnung bleiben können. Sie sind in Warnung. Die Warnung. Auf den umliegenden Inseln haben sich übrigens zu vertreten. ja also ich hab ja schon mal hier gesehen beziehungsweise ich hab ja schon mal alleine gespielt und da war schon im Grund gehe ich mal da hoch einfach hier hin und jetzt können wir warten das ist so ein Spiel ich bin so an sich warten Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel Sie haben doch hoffentlich gute Nachrichten Ja das ist wirklich bedauerlich Empfange weitere Baupläne aus Chor Zweck Ansiedlung von Tech Laboranten Bauinterface Aktualisierung abgeschlossen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Das ist mein Ziel, 1 zu 10. Das erste ist okay. Wo ist denn hier hin? Genau da. Von der Absicht. Da. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Ich versuche das jetzt möglichst nah hier beim Stadtzentrum sind. Vielleicht auch schon ein paar Probleme. Und zwar. Das ist eine Straße. Das heißt. 443. Da bin ich ja. Schönen guten Bau. Gebeugen gestrebte Bevölkerungszahl bestätigt. Bau des Versuchslabors genehmigt. Optimaler Standort nahe der Wohnquartiere. Ja. Das ist dafür nicht zu schlimm geworden. Das ist mir noch zu bemerksam. Und ich hätte eigentlich nie. Nein. Ich muss das für alle rein. Ja. Ich habe leider das jetzt. Äh. Okay. Das wollte ich jetzt so mehr. Ich sag nicht. Ja. Warnung. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Geinschaftsbedürfnis nicht vor. Ja. 3 Sekunden muss ich nicht sagen, wenn man richtig ist. Ne, ich schlüsse noch gar nichts dran. so zäcknissen im sind Ich glaube, das ist ein Laufkurs, meinst du? Ja klar, das muss man sich. Zeit rein, die haben sich jetzt in der Nacht. Ich höre jetzt ein bisschen sehr schlau, seit ich weiß, was ich hier gewollte. Ich glaube, das ist ein Laufkurs, meinst du? Ich glaube, das ist ein Laufkurs. Warnung. Produktion der Stadt. Kenne ich nicht, ich muss nicht ganz so schwer aussehen. Dort ist nicht schreißend was. Ich sehe es ja mal. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr.